Ihr Kickstart für den Tag. Jetzt mit besonderem Dreh. Die neuen Modelle der Sechserreihe von Nivona. Die Maschine für einmaligen Milchschaum. Jetzt ohne Tassenschieben. Mit Manuel Easy Spumatore. Für Cappuccino und Latte Macchiato direkt im Auslauf. Einfach das Milchventil öffnen und schließen. Fertig. Mit besonders komfortabler Reinigung dank EasyClean. Und mit optimierter Entkalkung. Damit Sie sich auf das Wichtigste konzentrieren können. Kaffeegenuss. Hier mit dem Einstieg in unser Aroma-Balance-System. Einfluss auf den Prüfvorgang nehmen per Knopfdruck. Für Genuss, wie Sie ihn lieben. Für alle Lebenslagen. Mit Bohnenfach für 250 Gramm Kaffeebohnen. Und Wassertank für 2,2 Liter Wasser. Für den optimalen Start in den Tag. Egal was Sie vorhaben.